Guten Morgen, liebe Leute. Guten Morgen. Weiter geht es heute. Nach Hause fahren. Laden aufmachen. Kind abholen, weil ich hitzefrei. Gleich wieder zwölf Uhr Laden zumachen. Sozusagen. Elf Uhr. Fahre ich los. Eieieiei. Ist ja heute mal ja nichts. Ist ja ja nichts los. Kann ich nichts machen. Aber was ist das denn? Schwupp, da sind wir. Im Laden. Ja, und ich mach gleich wieder zu. Um elf mach ich zu. Scheiße. Jetzt mach ich gleich mal einen Zettel fertig. Also haben sie um zwölf wieder Schluss. Also hol ich um elf ab. Dann fahr ich um elf hier los. Die Lieferung kommt vom BBF. Das ist ein bisschen ärgerlich. Die kommt 100% dann, wenn ich nicht da bin. Nein. So ist es. Also haben wir heute. Mal gucken, was heute passiert, ey. An so einem kurzen Tag. Moin. Moin. Ja, was los? Ja, was soll das sein? Ich weiß, das verstehe ich nicht. Was willst du denn? Mit meinem Berlin-Pass. Was? Oh Gott, ey. Ja. Aber in Gott, ey. Obwohl ihr noch in Berlin-Pass so ne Hut ist. Wie egal. Die krieg ja nur. Du musst doch einfach einen Antrag stellen. Ja, einen Stellenantrag. Aber wo? Aber wo? Ohne Wohnungsamt kriegst du doch sogar gar nicht. Ja, Mann. Ohne, ohne, ohne so einen Bescheid. Ja, dann geh doch zum Wohnungsamt. Habe ich doch gemacht, ja. Das haben sie mir jetzt hingeschickt. Da fehlte Papier. Haben die Papiere verboten. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin kopflos. Was sind denn da für Papiere? Letzte Heizkostenabrechnung. Habe ich alles hingeschickt haben. Ist nicht vollständig, haben sie zu mir gesagt. Ich hab da nichts mehr. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hab noch nichts mehr, Thomas. Ich wüsste ja nicht mehr, was ich noch machen soll. Das ist jetzt schlimm, ey. Ich komm nach Hause nach Ruhkasten hoch, ja. Schreiben sie mir da. Meine Papiere sind alle nicht vollständig. Ich hab bis zum 9. 9. Zeit. Das sind alle 7 Minuten. Gestern sollte ich vor Mittag ein Ding rum sein hier. Und man sagt so, wie steht da draußen? Na, was auswählen war? Hat das nicht geklappt? War alle durcheinander? Ja. Wenn ich da gekommen ist, dann bin ich da mit mir zu meiner Hauptschaus gekommen, zu meinem Cousenter, der ist in seiner Altersarbeiter, der sagt, ich hab hier ne, die krieg ich von ihrem Freund dann nicht. Wie gesagt, der Termin wird immer, das kann ich mir vorstellen. Na und jetzt, was machst du jetzt? So, das muss ich immer zum, das muss ich erst mal zum Dienstleister rufen. Er sagt schon jetzt zum... Wohnungsamt? Nee, nee. Wohnungsamt. Wir haben heute für mich das Werk, Kinder sprechen, ich weiß nicht, ich bin sowieso groß im Donnerstag. Das weiß ich nicht, sowieso. Ach, ist doch furchtbar. Das ist logisch. Das ist natürlich auch Wahnsinn hier. Aber was ich daran mache, ist ja, so, wir wollen jetzt mal zum Schönerberg gehen, am Amtsgericht, und mir so einen neuen Dingshund, einen Termin holen für einen Rechtsanwalt. Jetzt hat der mir dann... Wofür brauchst du denn den Rechtsanwalt? Um... Thomas, das verstehst du nicht. Nee, ich weiß nicht, wozu du einen Rechtsanwalt brauchst. Ja, ich brauch aber ihn jetzt, um hier den Berlin-Pass einzuklagen, um das nach dem Wohnhaus abzusetzen. Um für meine... Aber den kriegst du doch, wenn der Wohngeldantrag durch ist. Das krieg ich nicht mehr, den Wohngeldantrag. Das kann ich alles vergessen. Die haben das alles in den Schräder hingeschwissen. Wenn die Papiere fehlen, die sind jetzt nicht vollständig. Ich habe das vor drei Jahren. Das steht doch aber drauf auf den Zettel. Jetzt mal ohne Quatsch. Wolfgang, auf den Zettel, den du nun bekommen hast, steht doch drauf, was fehlt. Nein. Doch. Nein. 100 Prozent. Nein. Zeig mich. Ja, zeig mich. Ich hab' ich nicht hier. Absolutzen Uhr bin ich da. Kannst du... Ja, ich wurde scheiß. Dann bring' ich nicht mit. Krasch geht dich drum, hat dich braun. Ist gut. Wir haben nur hier geschrieben, die ihre Formulare, ihre Können sind unvollständig. Weiter ja nicht. So kannst du mir so... Ja, ja. Klassik Retrometer in Italie. Cinzia. Naja. Unterschrieben hat er mir ja nicht. Ah, ich Idiot. Er hat es mir nicht unterschrieben. Ich hab' die Ausweisung noch mal. Alter, du viel geschrieben. Aber er hat es mir nicht unterschrieben. Aber er ist ein Pflegedienst da und muss er mir noch mal unterschreiben. Nächstes Mal. Er kommt ja lauernd her. Ähm. Naja. Was ist denn das für eine Farbe, ey? Auf der Farbe komme ich grad nicht klar. Weiß ich nicht, was das ist. Eingang. Rückbremsnarbe. Heute ist ja nur ein Fahrtag. Kapi. Florian Toll. Gott. PUS- grounding ist das für jemanden. Die Farbe kommt ins Wasser. fimdessen kann man dich. ok zu klein selbst zu verliegen zum tausendsten mal genau wieso nicht sollte ich noch mal zeigen natürlich muss vorher hier diese anschlags löse die was natürlich vorher ein zu 1000 mal gemacht trotzdem macht man viel klar also jeder macht bei der ersten wenn sie begangen wurden das war ja noch im machen sozusagen zählt noch nicht als fehler hat mir jetzt schon geredet ach diese schaum bräuchte naja das löfte ja ja lassen aber die hinten sprechen alle branche das muss ich ihr sagen wir fördern auch konkurrenzunternehmen pin AG der Sponsor nicht nur Post, Tommy Sponsor auch die PIN so gucken wir mal was er da braucht oh das geht so, muss quasi so gehen abgebrochen ist jetzt hier habt ihr keinen der nicht repariert eigentlich ja was doch schon aber ich glaube ich komme bis dahin wieder ins Depot zu fahren das ist ewig gedauert ist so gut heiß jetzt die ist auf jeden Fall, ja gut da kann ich auch nichts mehr dran ziehen das ist einfach klemmt also hier ist der Rahmen da hängt dieser Anker hier der hängt da drin ah ok 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 der ist rausgebrochen komplett ich verstehe ok deshalb und dann ist das immer rumgedreht natürlich mhm ok deshalb hakt sich das jetzt die ganze Zeit mit rum und deswegen bremst es jetzt permanent weil es natürlich voll unter Spannung steht hm ok muss man halt mal gucken ob das jetzt frei hebt oder ob man es hier durchschneiden müsste ok genau jetzt gibt es frei, siehst du jetzt ist locker und das Ding soll ich nur reinbringen und das Ding soll ich nur reinbringen die Zeit musst du einstecken kannst du den hier auch wieder an drücken alles klar, ja klar alles kann man machen, dass du das kackel seid da das war ja Rahmen gebrochen diese dünne Schelle, da rät ich dir da dran ich schweiß das weggebrochen kann auch mal passieren, wa so hier kam gerade ein Luftballon angeweht da ist irgendwas drin sieht aus wie so ein Wunschballon oder so guck mal was da drin ist hier ist ja so ein Licht mit drin auf alle Fälle und ein Zettel das ist bestimmt so ein Wunschballon wenn er dann so geflogen ist wir wollen unsere Wünsche gehen in Erfüllung ah wie auch immer wollen wir neben den Garaus machen er ist tot der ist bestimmt so ein Benefizding gewesen haben sie bestimmt gestartet irgendwo so ein Müll so ein Müll das ist ja Wahnsinn das wird Geld rausgeschmissen leider kein Zettel, leider kein Brief, leider keine Botschaft auch nicht auf dem Belang Ballon aber ein Licht aber ein Licht geil guck mal ich hab hier den Brief ich guck gerade den schönen geilen alten Sachen an hier ja guck mal ich hab so ne 3 Watt Ape ja und ein Rad ist platt das habe ich auch schön abgekriegt das Problem ist ich hab so einen Schlüssel hier nicht um die abzukriegen also du kriegst das auch gepumpt, aber es hält nicht oder was? also doch, ich krieg das auch gepumpt und dann lässt das Stück für Stück wieder nach ah ah so knackt man sich an das ist halt so, ja? ja ich hab keine Ahnung davon weißt du? ja, ein Rahmen für eine Länder ein Rahmen? ja brauchst du nicht? ja, 5 Euro ja, ich brauch keine Rahmen 3 Euro nee 3 Euro wirklich nicht 1 Euro nicht mal 10 Euro ich hab den Platz nicht 20 Euro ich bin voll 50 Euro probier's weiter 100 Euro Mensch ich hab den Platz nicht 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 was richtig na, das ist schon näher dran oh mein Rücken starr na warte 3 Rad Arpe also keine Schweine bis dann bwf kommt bestimmt genau um 11 Uhr oder 11 Uhr 5 oder so wenn ich gerade weg bin kommt die Lieferung und wer auch immer da kommt kommst du halt morgen nochmal frühe Schulschluss richtig gut kommt man hier durch richtig gut heute jetzt hier gerade geht es wirklich super wir haben uns 2 Stunden gesehen und 5 und 10 Minuten gesehen also macht das 2 Stunden und 15 Minuten haben wir uns nicht gesehen aber dann 15 Minuten haben wir uns gesehen ja wir haben uns erst ne wir haben als erstes Sachkunde bist du doch mal schon nicht mehr dann kommst du raus dann ist das alte Löschel aus der Schuhe also wir haben ein Sachkunde nochmal kannst du aber auch immer geht dabei vieler auf die der Problem bei bwf ist ja auch mittlerweile dass man die Sachen gar nicht mehr an eine andere Person ja alles süß dass man die Sachen gar nicht mehr an eine andere Person liefern lassen kann weil sie ja mit ihren Kisten immer unterwegs sind und diese Kisten ja immer wieder mitnehmen müssen also die kippen sie ja immer aus also ich könnte ja ja nicht sagen geht man bei Britzke meine Lieferung ab und dann kommen sie da mit zwei Kisten drin und kippen da die ganzen Schläuche aufgeteke ja das geht wirklich nicht also das kannst du ja gar nicht mehr woanders denn sagen wenn was dazwischen kommt also musst du einfach mal so stehen lassen das ist natürlich scheiße das ärgert mich jetzt haben wir jo da sind wir wieder von Philippic da im Fahrradladen mit dem Eis so du willst jetzt den Schalter hier ein Schalthebel für den alten Specialized siebenfach, achtfach habe ich kein Lofi gemacht wusste ich gar nicht hab ich nicht erzählt aber der geht nicht mehr der springt zurück das heißt geht wieder nach unten auf die kleinste Ritzel aber der schaltet doch nur die Klinke nicht also ich dreh den hoch und dann hinterher wieder siehste kommen sie alle mal vorbei das ist ja auch schön Faktisch statt was zu verkaufen hat der Tommi heute wieder was gekauft und zwar ein Tonstudio genau wohl nicht aber ich habe es gekauft war billig Das ist zu geil, das ist der Wahnsinn. Das ist kein Problem. Ich kann die noch aufschreiben. Man muss ja wissen, von wem die Maschinen sind. Die sind doch nicht von dir. Hast du doch gerade gesagt, dass du die von irgendjemand anders in irgendwelchen tauschen? Ja, da haben wir ja auch die Quittung von den Zeiten. Da haben wir gesagt, wer ist dann gekommen, die Quittung. Da sind auch viele, die wissen, woher der kommt. Da steht doch ein Name drauf, der nicht stimmt. Bosch. Mert steht da drauf. Der ist markiert, Mann. Von dem, die es gehört hat. Mert Elektro. Ja, Mert. Aber das ist doch von einer Firma. Die sind markiert. Mert. Wie die nennt die sich? Mert. Die sind wirklich von denen. Kein Problem. Ich habe das eben auch gesagt. Der meinte Mert. Das kann ich ja nicht kochen. Das ist geklaut von der Baustelle. Das sieht das aus. Nein, das ist nicht. Doch, ich habe die nicht anbieten. Das ist ja in der Öffentlichkeit. Naja, das ist ein Problem. Das kann ich nicht machen. Und das ist auch kein Ausweis. Damit kannst du nicht ausweisen. Auch die Polizei weiß. Mit dem Merk weiß die Bescheid, dass ich mit dem so Geschäft gemacht habe. Da haben die mich schon mal nachgefragt. Ja, aber ich habe dich doch gefragt, von wem du die hast. Dann hättest du das doch nicht wussten. Die kämen wir doch. Der war auch so gut. Der war auch so gut. Das hat der auch gegeben. Mit der Bohrmaschine war auch. Das habe ich ihm auch gesagt. Das habe ich ihm auch gesagt. Der meinte auch, dass der mir die, so wie ich ja gesagt habe. Das ist auch gewesen. Da ist nichts Schiefes dran. Wirklich Schiefes. Aber zur Polizeiaussage machen. Den kann ich nicht machen. Das funktioniert nicht. Ja, weil ich mit dem zusammengesehen habe. Bist du so ein schlimmer Finger? Nö. Ja, aber wir können mich mit einem auseinanderhalten. Das ist bei Kindheit an so. Und dann wissen die auch nicht, ob ich da bin oder ob er da ist. Ja, aber mit dem Merk, dann ist es geklärt. Mit dem Merk ist es geklärt? Ja, dann ist es wirklich geklärt. Ja, das ist mir jetzt unsicher. Wenn da einer hinläuft hier. Dann sagen wir 35. Nee, geht nicht. Das war nichts. Nee, steht auch hier nicht mehr. Kann ich nicht. Du weißt ja, das ist das heiße Ware. Das stimmt alles nicht so richtig. Naja, aber dann musst du mir den Merk anbringen. Der Merk ist da vorne der Wecker. Kannst du auch. Der kann ja den Punkt bestätigen. Nee, das ist schwierig. Das ist halt schwierig. Mit meinen Eltern war das auch so, dass die gedacht haben, dass die von hier kommen. Da haben wir auch da in dem Füllte die sucht. Das ist halt schwierig. Wenn das nicht so richtig stimmt. Guck mal, wenn mich da mit einer sieht, der ist doch scheiße. Wird den Ärger. Ja, danke. Mein Sohn probiert einen Schlauchwechsel zu machen. Ich weiß mal nicht, ob er das kann. Das krieg ich schon noch hin. Ah, wer kommt denn da? Hallo. Papa. Muss man dem hier helfen. Wieso? War sie da? Ja, wir haben doch sie heute angemeldet, damit sie nicht kommt. Ach und? Ja. Sie ist total geschockt. Das hat sie noch nie erlebt. Papa. Und Mama, weißt du was ist? Du riechst nach Kaka. Nein, du bist Kaka. Nein, du riechst nach Kaka. Ich bin nicht Kaka. Nein, du bist Kaka. Ich habe gesagt, du riechst nach Kaka. Du hast gekackert. Papa, weißt du was ich nicht toll finde? Weil jetzt ist ausgefallen. Weil nur ein Kind da und das war ich. Nee, das ist doch scheiße. Ja. Ja, klar. Kannst du mal die Pumpe verwenden? Ja, klar. Das kann doch nicht sein. Aber ich bin nicht weggegangen. Papa. 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 und zusammen passen wird kurz mal zu trinken holen das ist typisch mal gucken wie lange kurz dauert ich muss noch mal was anderes machen ich wollte kurz noch mal da vorbei schon ich habe spontan arbeit ja auch kurz mal was trinken ist mein sohn weg ist er aber lange schon ja so ist mein sohn baut jetzt hier aus mit also noch lange so zeigt euch mal wieder funktioniert total verharzt ich habe den trinkglocken erst mal seit langen mal So lange mal, ja. Nicht so schön. Ja. Karstadt runter, ja, mein Bauhaus hat er schon gekocht, Wasserstoff. 25 Meter. Und nun kommt er an. Naja, und nun kommt er an bei mir rein, reißt er bei mir alles raus. Fällt er an, fängt er an, Wasser abzubauen und ein Tipp zu machen. Was macht er? Mein Wasserhahn hat er abgeschraubt. Wie deinem Wasserhahn? Naja, klug ich. Bei mir in einem Bude, oder was? Nein, im Badezimmer. Naja, weil er angefangen zu spinnen. Warum lässt denn den da ran, ey? Naja, er hat da blumig was mit dem Schlauch. Naja, und schraubt dein Badezimmer aus. Er ist doch bescheuert, ey. Er hat probiert, er hat probiert, so. Und dann ist er, er hat gesagt, jetzt hau ab. Man, soll er über Hauswasser machen? Aber dann ist Wasser die ganze... Die Kinder alle da, die haben die alles kaputt gemacht, die Hauswasser. So, war so, hat er abgeschraubt, hat er bei mir unten gesprengt. Und dann hat er von oben runter gesprengt. Von sich aus? Ja, klar. Ja, das ist besser, das kann er machen. Von oben runter, naja. Also, nee. Also, Thomas, nein, ich kann dir nicht mehr aus. Ich kann dir nicht mehr aus? Ich kann dir nicht mehr aus. Das ist doch dein Junge, da musst du doch was machen. Ja. Das ist ja fast wie dein Sohn. Ja, aber, ach komm, Junge. Das ist ja alles für dein Junge, aber wie du schon sagtest. Der ist ja so in der Armee, so hektisch mit allem, ja. Sag mal wieder, was ist für dein Junge, ja? Mhm. Wo es vielleicht irgendjemand von den Ämtern oder so was hat, du hast keine Ahnung davon, ja. Das ist nicht bescheuert, ja. Das ist nicht so. Wenn andere Leute hast, du Kumpels hast, und die das so versetzen, und dann nicht mal eine Freunde machen kann, oder mal helfen kann, mit einer Stunde, ja. Das ist scheiße, ja. Und du stehst da. Du kannst ja nicht mehr auf den Spinnen, wenn du siehst, wenn du wirst, wenn du wirst. Du kannst ja nicht mehr auf den Spinnen machen, weil ich keine Fahrkarte habe, und du kommst da nirgends hin. Ja. Das ist das. Mehr als 600 sage ich. Mehr als 600. Das ist nicht für ne Aussage. Keine Ahnung, dann sage ich halt 600, fertig. Es wird sowieso mehr sein. Ja, sag doch mal, wie viel. Keine Ahnung, mehr als 600 kann ich nicht schätzen. Hast du ein 600 damals? Ich weiß, dass es keine 1.000 sind, aber ich glaube... Ach, keine 1.000, aber mehr als 600. Na, dann haben wir doch ne Aussage. Ja, wir brauchen ja auch ein Anfang und ein Ende, Dion. Es werden auf jeden Fall keine 1.000. Ich denke, das ist maximal als 800. Okay, direkt jetzt sind 1.500. Eine Schlaufe. Eine Schlaufe? Was verlängern kann ich nicht. Das ist ja ein 1.10 Meter. Nee, das ist ja schon. Ja, ja. Der kann nicht mal hinüber rankoben, der Küste. Ach so, da hat der... Ja, weil der bei Armin war, der andere Typ, und dann war, da kommst du ja hin, auf den Flur, mach ich. Da sag ich mal, das war lecker. Na, hier mal ja, ruf mal. Da sag ich, da rennst du rum, und guckst dann. Ich sag, wenn ich an, wo es da wollten, ich sag, komm, die Weihraschen mit, da probier die Schlup fahren und die Piste. Da sag ich, wenn wir die Scheiße anziehen, ich sag, ich hau dann wieder ab. Was ist denn Pizzo? Na ja, es ist ja so voll da. Ja, ich kriege den da, weil ich war, weil du ein Stückchen in den Weihraschen und da müssen wir alle, und dann müssen wir das zu Hause holen. Hoppa! Na ja, so ist es. Riecht dich mit Fett voll klatschen, die Schalen, oder? Sonne? Wir haben so, wie du es gelernt hast, wie man ein Lager fetten muss, wenn man da nie wieder ran will. Kennst du fetten Moos? Oder kennst du Apfelmoos? Ha! Also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn man ein Lenkoplager macht, das so voll knallt, dann bist du da, weil du willst ja danach nicht nochmal da ran. Ja. Ich kenn Frank und den da nicht. Nö, ich auch nicht. Aber ihr kennt mich. Das ist auch schon ein bisschen komisch. Eigentlich kommen an und an. Hey, yo, Tommy. Und zuerst war so, Mhhhhh. Hatten wir schon das Vergnügen? Also ja, der Meister hat das gleich gesagt. Der fand ich gut. Passt. Ja, und damit verabschiede ich mich aus dem Kellerloch. Bujlauch macht jetzt. Heuerabend. Bujlauch. Jetzt sitzt ja auch ganz bequem immer da. Bei Weifeln hat den besten Platz hier. Das ist gerade ein reicher Menschen an? Ja. Riecht mal. zur meditativen entspannung mein sohn ist da ein excrement der trat ist gerettet auch geil ich weiß nicht ob ich heute noch aufgenommen habe ich nicht keine ahnung war ja nicht los großartiger war doch schon was los war eine ganze menge los so ja aber wir sehen uns morgen wieder also bis dann machte tut schlaf gut